Wir wägen gerade ein bisschen arm. Können wir uns aber noch leisten, alles. Wir biegen jetzt noch gleich. Es waren 5, mit denen wir gearbeitet haben, sodass ich mich erinnere. Reichen 4 vielleicht schon? Wenn 4 reichen würden, wäre das natürlich sehr zuvorkommt. Aber 4 reichen nicht. Wir müssen auf die 5 gehen, weil wir im Oktizent sind. Da gibt es wohl keinen drumherum. Halt, das ist falsch. Das ist richtig. So, unser Geld ist weg. Das heißt, unser restliches Holz wird erstmal ganz kurz in gewisse Hütten reingestopft. So und so. Schön brav einziehen und uns bezahlen. Die Kapelle hat echt einen winzigen Einflussbereich. Wir wollen so schnell, es geht eine Kirche. Du kannst sie doch ein bisschen umschauen gehen. Wir müssen die Welt erkunden. Die Akademie. Und eine wunderbare Kupfer- und Glasproduktion. Das müssen wir uns ganz schnell einverleiben. Wo irgendjemand anders auf die Idee kommt. Das interessiert niemanden. Niemand außer uns kriegt das Monopol auf dieser Akademie. Euch gebührt's unser aller Dank. Den Rest können wir erstmal wieder zurückholen. Seht ihr, der Glaube kann Berge versetzen. Jetzt geht das schon wieder los. Stellen die alle fest, dass wir da oft mal nicht mithalten können. Was natürlich alles gelogen ist. Wir lassen uns einfach in unsere Zeit. Wir bauen vor allem einen riesigen Haufen Werkzeug jetzt, die wir gerade nicht haben. Das heißt, wir müssen kurz mal... einkaufen. Ist das so? Aufbau, hast du wieder... Erdbeerwerkzeug. Alles klar, dann lass loslegen. Vorsichtig darauf versteifen, dass wir angeblich nicht mithalten könnten. Einige Bürger sind in ihre Stadt gezwungen. Den Ruhm können wir auch gerade gebrauchen. Dafür kaufen wir uns dann das nächstbeste Insel-Item, damit wir Ruhm drucken können. Gut gemacht. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Ruhe von den anderen Leuten rein. Aber das reicht fürs Erste. Gut gemacht. Der Fortschritt... Wo Gerechtigkeit herrscht, kehrt auch Wohlstand ein. Genau. Mit Gottvertrauen ist alles möglich. Eure Siedlung beweist es. An dieser Übereinkunft wäre mir besonders gelegen. Meine Gebete wurden erhört. Das läuft schon mal voraus. Das geht schon mal voran. So, das leihen wir uns. Seid mir. Seid mir fürsorglich von euch. Also, das schleimen wir hier. Ich hätte gerne ein wertvolleres Item. Das könnten wir uns auch gerade gar nicht leisten. Gut, wir müssen an den Werkzeug rankommen. Davon reichen gerade glückliche Bürger. Hier passen noch ein paar Bauern rein. Und hier kann es uns eigentlich zum großen Teil legal sein. Halt. Nutzt diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden. Dann setzen wir unsere Stadt einfach hier oben so hin und setzen unsere Produktion woanders hin. Hier so in den Süden. Wo viel Platz ist. Wir müssen in Orient ja... In Orient reicht es wahrscheinlich für uns schon einen einzigen Marktplatz voll zu machen. Oder ein Bazaar in dem Fall. So, gleiches Konzept. Hier so einen Platz lassen, damit das Ganze hier schön weiter in die Quadrate aufgeteilt werden kann. Und jetzt müssen wir Datteln irgendwie hier beschaffen. Wir könnten diese Küste hier ganz kurz dafür nehmen. Oder wir besiegeln einfach nur die ganze Nordküste. Und arbeiten sie entlang der Bucht. Dann wiederum ist diese Nordküste aber eigentlich wunderbar dafür geeignet, hier langzubauen. Aber in der Bucht haben wir weniger Bauplatz für, falls wir die Stadt doch expandieren lassen müssen. Da kommt hier einfach so ein Speicher hin. Und wir beginnen unser System dann ab dem Punkt wo wir Platz sehen. Wir brauchen dafür sogar gar nicht mehr so viel Platz. Stimmt ja. Im Orient sind die Dinger ja noch effizienter. Da können wir das System ja noch einfacher anwenden. Sagen wir setzen das so ab hier hin. Zuerst die Bewässerungssysteme, danach die Felder dementsprechend anpassen. Geld müssten wir gerade ohnehin genügend einnehmen. Und dann kommen jetzt die Dattelplantagen rein. Oh, das reicht schon. Können wir es effizienter machen. Irgendwie noch Platz sparen da. Das müsste machbar sein. Vielleicht, wenn wir es andersrum machen. Wenn wir es die Folge machen. Die Dattelplage kommt hier hin. Da wäre es bei 74%. 100%. Okay, so haben wir es. So funktioniert das System also. Da können wir richtig schön Datteln stauchen. Easy. Denn je näher das Unternehmen selber an dem Bewässerungssystem dran ist, desto einfacher wird es natürlich. So, das dürfte erst mal reichen, nur ein paar Nomaden anzuziehen. Den hier einziehen dürfen. Und das Schiff kann dann für irgendwas anderes eingesetzt werden. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. So was zum Beispiel. Ist es auch nicht zu vermessen, euch hierbei um Hilfe zu bitten. Löffer auch. Flüchtige Braut. Die sind in den Kloster geflohen. Unfasslich. Puh. Muss ich fast schon niesen. Ich musste niesen, aber... Ja, bitte. Ihr seid zu Recht das Oberhaupt dieser Stadt. Gehen wir hier Kappes machen. Gut, wir müssen mehr Leute aufsteigen lassen. Wir benötigen auf alle Fälle die Werkzeugproduktion. Und die können wir hier überall sogar ganz gut einbauen. Wir sind schnell zu überladen. Ich bin nicht sicher, was wir auf die andere Seite setzen können. Da ist nicht genug Platz für Felder. Dann kommen wahrscheinlich auch nur hier die üblichen Weiterverarbeitungsgebäude dahin. Was ich ein bisschen... Tragisch finde. Es sei denn, wir machen das so. Da können wir ab hier nicht fortfahren mit unserem System. Das kann so funktionieren. Und dann ist hier halt Platz für... Was weiß ich nicht alles. Dinge. Dinge, die das Leben schöner machen. Lauter ganz tolle Sachen. So, gib Gummi. Wir brauchen Leute, die wissen, wie man Werkzeuge herstellt. Dafür müssen wir halt all unsere Werkzeuge verbraten. So. Ach. Und jeder hat bekommen, was er wollte. In eurer Siedlung ist der Fortschritt zu Hause. Derartige Dinge können ja passieren. Im Gildenmeister. Das ist ja eine mittlere Schwierigkeit. Ist dann aber auch Feuer aktiv. Schuhe zu. Macht euch mit unserer Baukunst vertrauen. So, Werkzeug ist uns jetzt ab jetzt gestattet. Gut gemacht. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Was habt ihr dem Rat der Zehn anzubieten? Geht was her. Das Fortschritt kann das direkt vergessen. Ich habe erwartet, dass ihr mich aussieht. Holz brauchen wir nicht. Eine Seekarte. Die können wir uns gerade leisten. Die sollten wir auch benutzen. Ich helfe euch gerne aus. Und danach benutzen wir die Bulle. So, jetzt sind die Bleib aufgedeckt. Und gibt die Bulle her. Die Bulle benutzen wir gleich zum Drucken. Das ist nicht unsere Stadt. Das ist Maries Stadt. Wir haben unser Schiff erst noch zu Maries Stadt zurückgeschickt. Ja, wir hätten noch keine bessere Insel finden können als diese hier. Die anderen waren alle viel kleiner. Okay, das ist die Antwort auf unsere Frage. Da kommt das automatische Speichern wieder dazwischen. Zu teuer. Wir brauchen also Zimmermänner und Feuerwehren. Feuerwehren können wir noch nicht bauen. Können wir aber, wir haben nicht genug Zeug. Das heißt, wir müssen erstmal Prävention durchführen. Können wir jetzt einen Brunnen daneben setzen? Der würde das Wasserfaser direkt abholen können. Funziert das? Nein, die holen sich einen Marktplatzbrunnen. Wir müssen hier auf jeden Fall einen Übergang setzen. Wenn wir die Blöcke nämlich zu lang setzen, dann kommt der Zimmermann nicht wirklich durch. Ich würde sagen, Zehnerblöcke sind das Größte, was wir machen sollten. Feuer, Alarm! Gibt es hier denn keine Feuerwache? Äh, Gott helf uns, dass dieser Jammer endet. Auf die eine oder die andere Art. Okay, das war erschreckend düster. Ich verstehe also. Hier brennt die ganze Welt. 1503 Goldmünzen. Mittlere Schwierigkeit. Jetzt sehen wir schon einen ganzen Haufen neuer Probleme auftreten. Darf ich jetzt bitte so? So. Was weitergeht breitet, ist das Feuer nämlich zu sehr aus. Und wir müssen... Wir müssen einen Haufen Steine irgendwo her beschaffen. Okay, wir haben das in den Griff bekommen. Der Brunnen war eine Verschwendung von Lebenskraft. Falsche Hütte. Diese Hütte. So, der deckt diesen Bereich hier ab. Wir können also in diese Richtung noch irgendwas setzen. Eigentlich sollten wir die Sachen zentral ersetzen. Aber gut, das müssen wir machen. Okay, da geht es auf jeden Fall schon mal los. Das darf nicht passieren. Achten wir einfach diesmal darauf, dass wir den Einflussbereich hier ganz gut über... entdeckt kriegen. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit angenommen habt. Das ist rechtens. Ein echter Segen. Ja, wirklich. Sagt, wie ist es euch inzwischen ergangen? Das würde mir besser eingehen, wenn ich das machen könnte. Wir brauchen kurz mal Steine. Wir müssen tatsächlich eine Feuerwache einrichten. Außen bauen wir die Steine ohnehin, wenn wir eine eigene Wettbewerbproduktion aufstellen wollen. Und das ist sowieso der Kern der ganzen Angelegenheit. Ja. Da brennt es doch schon wieder. Wir haben eine sehr leicht entflammbare Stadt. Aber der Großteil der Stadt ist inzwischen jetzt abgedeckt durch Zimmermannshütten. Die sollten dementsprechend eigentlich verhindern, dass irgendwas in Flammen aufgeht. Zumindest zukünftig. Aber wir können schon mit diesen Marktstellen arbeiten. Das ist gut. Dann können wir hier im Sinne der Effizienz einen hier hinsetzen. Dann können wir da eine weitere Steinmetzhütte hinsetzen. Oder einen Steinbruch. Deine Metzhütte. Wie du willst, Spiel. In der Orient-Siedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte... Ja, die übertreiben halt wieder völlig. Können wir eine Kirche inzwischen? Ja, können wir. Von Steine und Kohlen. Kriegen wir beides zusammen. War jenes, wo die Steine da sind. Wie kostet die Kapelle eigentlich? Wir kriegen die Hälfte zurück. Das würde so ungefähr glatt reichen. Wenn wir die Steuernkosten auch ein bisschen erhöhen. Wird hier noch ein paar weitere Pioniere hinsetzen. Genau, bevor die dann nach den Flammen aufgehen wollten, hatte ich gerade eigentlich die Idee, dass wir uns bei unseren Mitspielern ein bisschen einschleimen sollten. Damit wir besser an mir die ganzen Situation geraten. Ihr. Ihr nennt mich euren Freund. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Das kann abgerissen werden. Da ist noch Platz. Die VK hat einfach keine Freunde. Ja, bitte? Schleim! Dass ihr am Grabe unseres Herrn beten durftet. Beneidenswert. Ja. Mit dem Handel wächst Vertrauen. Hm. Mich dauert eure Entscheidung. Ich will nicht bezahlen dafür. Wir kriegen ja den Handel bestimmt noch nach umsonsten. Kommt nur. Die Hälfte eures Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Das ist wahrlich gottgefällig. Natürlich. Wohltätige Zwecke heißt in dem Fall, das Ganze an irgendeinem Konvent zu stiften. Der hat einen jungen Nonnen verprügelt. War eine gute Entscheidung, uns in eurer Stadt niederzulassen. Äh, das Teil muss repariert werden. Wir müssen da aber irgendwie noch drankommen. Das ist schwierig. Das hier abzudecken. Ich würde sagen, wir reißen den hier dafür ein. Dann haben wir uns zwar ein bisschen überlastet, aber dann passt das so schon. Gut. Jetzt haben wir auch die nötigen Tacken zusammen. Verlangsamen. Tschüss, Kapelle. Hallo, Kirche. So. Das dürfte jetzt eine ganze Menge Leuten gefallen. Den Rest behalten wir es mal weiter. Denn wir müssen jetzt schauen, wo wir unsere Werkzeuge hinsetzen möchten. Wir haben hier sechs Eisenminen. Das ist abnormal viel und das ist sehr gut. Wir können diese Mine benutzen, aber ich sehe keine, wie wir... Okay, hier können wir unseren Köder hinsetzen. Aber wir werden zwei Köder brauchen. Einen für die Mine und einen für unsere Bevölkerung. Das kriegen wir hier als zwischengeklebt. Ich würde sagen, wir setzen... Hier ist sogar Platz für einen Köder. Das kriegen wir alles zwischengeklebt. Das ist alles drin. Setzen wir die Köder zu und ein bisschen unter Wasser. Ja, setzen wir die Köder auch einfach ein bisschen unter Wasser. 100%. 75%. Und anstatt, dass wir den jetzt direkt wieder was pflanzen lassen. 100%. 82%. Hier sagen wir, der hier baut an. Und der hier kriegt noch mehr Wasser. Platz ist mehr wert als Geld. Das müssen wir uns merken. Das ist eine grundlegende Regel. Wir gucken uns die noch... Solte Leute. Das machen wir, oder? Wruck Sie haben wirد und wir investieren.